Werkstatt! Nice! Wo ist denn die Maus? Da ist sie ja! Hallo! Nö, renn vor mir weg! Olle! 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 Scheiße! Da! Da bist du ja! Sie ist so klein! Er kann sie nicht sehen! Weil sie so klein ist! Ding! 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 Okay! Ey, das ist ja, äh, hier! Oh, da bist du ja! Scheiße, es musste sein, tut mir leid! Hallo, Tote! Oh nein, sie ist so laut dabei! Ja, wolltest du den dann in dein Ghost Lace? Schön, ja gut, wie ich bei, äh, Little Weapon, wollte ich grad sagen, äh, bei Legend... Bei, äh, bei Lidl Weapons! Jetzt, bei Lidl! 75 Euro! Ding! Lidl Weapons! Cool! Gott, hasse ich die, Alte, ne? Wenn du noch einmal allein ein Gen machst... Ich schwöre, ich presch dir die... ...und du... ...ist du... ...pfff... ...messer... Da bist du ja! Ich mag den Perk. Los, groß, äh, los! So kann er nur sein! Da bist du ja! Ich liebe die! Ich hab schon gesagt, dass ich den Perk lieb! Ein bisschen! Oh, 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 ein Totem! Das, äh, ist doch obszön! Und ob das schön ist! Was macht sie denn da? Kann sie bitte irgendjemand hierher tragen und sagen, sie soll diesen Gen machen, bitte? Oh, Jesus! Da bist du ja! Okay, okay, wir machen ihn! Ich glaub, er hasst mich! Dann machen wir den weiter, kein Problem! Wir haben ja viel Auswahl! Da bist du! Achtung, fertig! Einzig positiv an Billy, also der hier, er hält uns ja einen Schacht, wir können ja nicht... Er trennt uns ja beide immer quasi! Ja gut, da kommt auch jemand anders, das wird lustig! Genießt die Show! 10 auf Mac! Oh! Oh! Oh, okay! Die andere! Ja, ja, da hinten ist ja was los! Ich sehe das! Schade! Schade, dass er uns nicht dabei noch sieht! Ja, obwohl, lieber vielleicht nicht! Hehehehe! 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 Oh! Hi Mark! Was ist denn los mit ihr? Was ist denn los mit ihr? Die irgendwie... Kann die nicht noch neben einer anderen Fengbing sitzen? Ist das irgendwie so ein Ding? So ein Kick bei ihr? Das ist groß! Hey! Aber du, aber du, aber du machst es! Oder? Hi! Oh, hi Mark! Ja! So, Barbecue und Chili wurde aktiviert! Nee, noch nicht! Woher bringt er sie denn? Nach Usbekistan? Ach da! 3 2 1 Ich glaube nicht, dass er wirklich Barbecue und Chili hat, Digga! Ach, schade! Ich hätte jetzt gerne We Will Make It eingetauscht für, äh, Tanzen! Scheiße! Und dann nicht mehr, ne? Okay, wir holen! Ja! Ja! Gehing noch nicht! Und irgendwann muss er ja mal... Oh, Gottes Willen! Warum habe ich nicht Adrenalin mit? Das wäre episch gewesen! Jo! Mimim! Jetzt... Lassen wir uns mal überraschen, ob er noch Nöd dabei hat. Zurzeit soll es auch Nöd-Biddies geben. Na du? Ja, ich glaube das heißt, ich lasse dich nicht gehen! Hallo! Schmesser! Jaaa... Sehr nice! Sehr, sehr nice! Oh oh! öffne sie links rechts schleudersitz nach auf die dinge und kriegen sie raus wir haben keinen in der nähe der mich heilen könnte damit ich noch mal rein rennen und daher er müsste mich sehen warte 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 bevor du hin rennst hier blutende survivor blutende weiber unterm haken blutende weiber verwunderte heilen den hatte ich noch nicht willi oh sorry du schaffst es noch vorm ausgang zu sterben wir haben noch die hälfte des balkens die hälfte des balkens die 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 Oh, fuck, my life. Shit. Der war schuld. Ich hab sie nicht gesandbagged, Leute. Kann man das nochmal, äh, den Video-Beweis? Wo? Shit. Ist die tot? Oh, ja. Nooo. Kommt da jetzt auch noch was draus? Wenn sie jetzt hängt, kommt da nochmal ein Intinitus in die Fresse. Okay. Dam, dam, dam. Ja, das war ja richtig scheiße gelaufen. Würde ich mal sagen. Sorry, Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Musik dazu passen wird, im Game. Deswegen machen wir sie einfach mal raus. Oh, hi Mark. Oh, hi. Mega lol. Ah, du Osch. Du Oschi. So, die Wetten stehen gut. Jaaa. Lass ich ein Treffer am Anfang. Oh. Können wir uns... Oh, entscheiden. Wartet mal was, wo der nicht mitgenommen hat. Urban Invasion. Ach, Kurva. Oh, ich kann nicht hin. Fünf Sekunden, Digga. Dann hat sie nochmal was kaputt gemacht, ne? Fünf Sekunden. Okay, wenn sie ganz weit weg ist, werden wir die Falle aktivieren. Aber erstmal eine Runde rumstöhnen, ne? Da hinten liegt einer. Oh. 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 I think sooo... We did a pretty good job so far. Oh. 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 Nein, der Clown kommt! He's running! Wo ist los? Ah, I'm running, 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 running! Willst du's nehmen? Er nimmt es. Er nimmt es. Oh Jesus! In der Zeit hat sie Wabeki und Chili aktiviert, rennt hier rüber und trifft uns beide. Es ist so schlimm! Schlimm! Hu 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 hu! Hu 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 hu! Okay, ich kann das. Oh, beide! Surprise! Hat sie noch irgendwo hier was hingemacht? Ähm, keiner macht Jens, Leute. That's not good. Oh, come on so. Iiii, die, 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 die. Und zugucken, wie alle sterben, ist auch nicht so mein Ding. Wo ist denn hier der Jen, Jen? Wo ist denn hier der Jen? Muss hier einer sein? Da hinten steht er, fine. Ruin wissen wir eigentlich, wo es ist. Aber wir wissen nicht, ob sie... Oh, doch das andere. Jo, mega nice! Moment. Oh! 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 Boah, jetzt treffe ich sie nicht, ne? She's coming. She's coming! She's coming! Mein Gott, was hat denn die für'n Heartbeat? Ah, da hinten. Ja, wir könnten jetzt mal versuchen, das andere Totem zu machen, wenn einer hängt. Boah, jetzt hat sie fast jeden... Außer mich, glaub ich, einmal gehangen, ne? Uh, ja. Ich glaube, sie könnte sogar Verzerrung haben, da. Das wird auch los. Es flue Osc Burger! Oh, Fum! Da ist der Scheiß dieser Steen! Da ist der Scher. Da. S-s-s-s-s-s-s-steam. Er kommt. Das ist ein guter Tag. Oh, wise look after Brian. Scheiße, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Bye. Oh, wise. Und zack. Wie sie gedacht hat, ich will sie outflayen. Muss los. Jo, wie sie trifft. Genau. Wie kann man seinem Team helfen, indem man sie so weit wie möglich wegzieht von all dem, was uns so wichtig ist. Sie haben es verloren. Nicht jetzt. Scheiße, das Problem ist. Max lieber, wenn sie mich jagt. Los, jagt mich. Oh, nice. Okay. Machen wir wenigstens noch einen Black Pip, indem wir diesen Gem machen. Ich glaube, wir haben heute recht wenig gemacht. Ah, sie kriegt beide. Ich blute. Kann mich nicht heilen. Ah. Ah. Nicht bluten, nicht. Nee, nee, nee. Was? Da ist das Ding. Achtung. Drei. Zwei. Eins. Ich will hier noch tausend Punkte ins Gesicht hauen. Danke. Na, wollte ich nicht. Have a nice day. No job. Oh. Jetzt hat sie mich. Aaaaaaah! Nein. Oh, das hat sie jetzt nicht voll erschrocken. Bam! Boi! Da müssen sie automatisch die Webcam angehen vom anderen. So bim! Oh! Hm! Ich hing noch nicht! Gib mir ne Chance! Oh, das ist so fies. Normalerweise hätten sie auch die drei Chancen drin lassen können für uns dabei. Amen. Booter! Was kann ich dafür? Wenn die anderen... Aaaaaah! Nice. Well played. Ich muss ja gar nicht mehr GG schreiben. Das ist ja mein Name.